Musik Also ich bin jetzt zum Reiten gekommen. Ich habe früher ein Maskpony von meinem Vater geschenkt bekommen, das er so gekauft hat. Ich konnte mich zuerst dafür interessieren. Und dann habe ich mit der Zeit das Pony so gerne bekommen. Und ich sah, wie das ist mit der Turnierwelt von meinen Eltern und so. Und bin dann von dann an total angefressen gewesen. Also jeden Tag ein Stall und immer dritten und so. Meine sportlichen Ziele für die nächsten paar Jahre sind ein erfolgreicher Aufstieg in die Jungreiter. Das wird jetzt schon ein rechter Absatz zwischen den Junioren und den Jungreitern. Und ich probiere das so gut das meiste wie möglich. Und ich glaube, den Background und die Ross habe ich dafür. Also ich gebe mir das Beste. Also meine schönsten Erfolge sind wahrscheinlich schon die EMZ 2009, die ich gewonnen habe. Und auch schon mit meinem Rossi dort. Das habe ich so schön aufgebaut und so schön viele Erfolge mit ihm feiern können. Einfach eins bei jetzt von der Junioren auf die Übungen und so. Also ich finde die Sportprojekt ist einfach genial, weil man einfach alles online kaufen kann. Und es hat wirklich eine Breite ausgebaut, weil wenn man irgendwo in ein Lädchen geht, dann findet man meistens nicht das, was man will. Und dann fährt man für nichts hin und wieder zurück. Also die haben wirklich Ahnung von was sie verkaufen. Und es sind wirklich gute Qualitätsprodukte, was man sonst eigentlich auch nicht überall findet. Und ich kann es wirklich nur weiter empfehlen. Ja. 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 Ja.